Ich lerne Deutsch. Nummer 4014 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Entschuldigen Sie mich kurz. Ich fühle mich heute nicht so gut. Entschuldigen Sie mich kurz. Ich fühle mich heute nicht so gut. Ich habe keine Probleme damit, mein Kind während der Arbeit zu versorgen. Ich habe keine Probleme damit, mein Kind während der Arbeit zu versorgen. Natürlich kleide ich mich auch im Regen, immer nur nach der neuesten Mode. Natürlich kleide ich mich auch im Regen, immer nur nach der neuesten Mode. Wir müssen zuerst die Elektroinstallation in dieser Etage erweitern. Wir müssen zuerst die Elektroinstallation in dieser Etage erweitern. Am Abend liest uns der Opa eine Geschichte vor, und er spricht dabei mit Händen und Füßen. Regina erhält eine Textnachricht von Rainer. Regina erhält eine Textnachricht von Rainer. Sie unterbricht deshalb ihre Büroarbeit. Diese Flasche enthält ganz besondere Kräuter, die die Verdauung beeinflussen. Diese Flasche enthält ganz besondere Kräuter, die die Verdauung beeinflussen. Bei der ersten Blutdruckmessung ist es sinnvoll, den Blutdruck an beiden Armen zu messen, da er manchmal nur auf einer Seite erhöht ist. Wir sammeln die leeren Plastikflaschen in einem Karton und bringen sie zum Recycling. Wir sammeln die leeren Plastikflaschen in einem Karton und bringen sie zum Recycling. Gestern kam der Kran und hat die Klimaanlage auf das Dach gesetzt. Jetzt muss sie nur noch angeschlossen werden. Gestern kam der Kran und hat die Klimaanlage auf das Dach gesetzt. Jetzt muss sie nur noch angeschlossen werden. Jetzt kommen einige Wiederholungen. Das ist unglaublich. Ich hätte nie gedacht, dass so etwas möglich ist. Ich hätte nie gedacht, dass so etwas möglich ist. Ich benutze eine Stoppuhr, um die genaue Zeitdauer zu messen. Ich benutze eine Stoppuhr, um die genaue Zeitdauer zu messen. Ich benutze eine Stoppuhr, um die genaue Zeitdauer zu messen. Schaut euch die Zahlen an. Schaut euch die Zahlen an. Hier sieht man, dass wir in den letzten Wochen sehr erfolgreich waren. Jetzt liegt es an mir, innerhalb weniger Stunden diese wichtige Entscheidung zu treffen. Jetzt liegt es an mir, innerhalb weniger Stunden diese wichtige Entscheidung zu treffen. Jetzt liegt es an mir, innerhalb weniger Stunden diese wichtige Entscheidung zu treffen. Schließe die Augen und zähle bis 10. Dann kannst du mich suchen. Ich fühle mich leicht wie eine Feder. Ich möchte vor Freude an die Decke springen. Die Operation ist schwieriger als erwartet. Wir brauchen noch mehr Blutkonserven. Wir brauchen noch mehr Blutkonserven. Den Abend verbrachten wir am Lagerfeuer vor unserem Wohnwagen. Den Abend verbrachten wir am Lagerfeuer vor unserem Wohnwagen. Wir sind mit unserem Wohnwagen auf einem Campingplatz in Bayern. Wir sind mit unserem Wohnwagen auf einem Campingplatz in Bayern. Fahrradfahren ist für Menschen jeden Alters geeignet und kann von klein auf erlernt werden. Radfahren ist für Menschen jeden Alters geeignet und kann von klein auf erlernt werden. Zum Nachtisch gibt es heute einen Salat aus verschiedenen Beeren. Zum Nachtisch gibt es heute einen Salat aus verschiedenen Beeren. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. ... ... Vielen Dank.